Hallo, das Düsselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. Und, ähm, oh? So, jetzt. Wir gehen in Snow Go. Snow Go. Und lecken erst mal wieder ein bisschen rum. Ja, das ist mein PC, der ist halt ein bisschen mies. Aber wie ist das, geht das Spiel? Oh, ich hab Angst. Crash, was machst du da? Ja. Nee. Das sah sehr komisch aus. Okay. Ich stelle mich auf das Level ein. Wenn ich ein bisschen weiter bin, höre ich damit wahrscheinlich auch Flieses jetzt. Hier. Zube. Nutzen. Aber ihr seht gerade, das ist... Boah, ziemlich böse. Gibt's hier Checkpoints? Ich bin mir nicht sicher. Gibt es hier Checkpoints? Gibt's ein Uge da? Das gibt's hier. Aber gibt's hier auch Checkpoints? Würdest du bitte mal... Hallo. Danke. Ja. Robber. Ich liebe dich. Nicht. Okay, an die Leben komme ich jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Ja. Ein bisschen schneller, wenn's genehm wäre. Okay. Oh Gott. Hallo. Das ist Eis. Das ist böse. Da ist ein Uge da. Und da ist noch ein Leben. Sehr schön. Das ist doch gut. Okay. Ich hab ne Idee. Ähm. Okay. Nein. Darauf komme ich nicht. Okay. Hier drauf auch nicht. Aber hier drauf vielleicht. So. So. Komm. Nein, das geht. Das geht. Das geht. Das sieht man. Das geht. Das... Das geht. Das weiß ich. Das sieht man doch. Verdammt. Verdammt. Okay. So ist auch gut. Und hopp. Und hopp. Und noch mehr Leben. Sehr schön. Nein. Nein, du... So. Punkt. Es gibt keine Checkpoints. Und das finde ich unfair. Na gut. Das ist auch für den roten Edelstern. Aber trotzdem würde ich das ein bisschen unfair. Verdammt. Das hätte ich vielleicht doch besser gebrauchen können. So. So. Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, Crash. Du könntest dich auch gerne mal vorwärts bewegen. Ich hätte nichts dagegen, wenn du... Wow. Cool. Wenn du ein bisschen Skill zeigst. Also, wirklich nicht. Verdammt. Das war zu weit. Okay. Rückwärts. Ach, das ist so schwer auf Eis. Wirklich. Das ist... Das ist schwerer als mit Dingen. Das ist... Du kommst wirklich nicht hoch? Aber hier drauf. Sehr gut. So. Und ich würde sagen, wo ich... Da bin ich gerade gestorben. Und habe hier ein Safe-Stat. Weil hier sollte vielleicht ungefähr die Mitte sein. Okay. Oh, das ist mies. Oh, fuck. Oh mein. Oh mein. Oh ja. Ich bin da durch. Oh mein. Wie schwer wird das denn noch? Oh Gott. Ich habe Angst. Ja. Ich habe ihn. Ja, ich muss das Level jetzt noch zu Ende spielen, falls er fragt war. Ich habe ihn. Ich habe den... Oh Gott. Ich habe den roten... Uh. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Oh. Braucht keiner. Ich hole jetzt nur noch hier ein paar Äpfel und... rasche durch das Level durch. Ein gutes. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Ich würde es auch nicht mehr anzeigen, dir fehlen noch so viele Kisten, weil wir haben die Kisten. Haben wir jetzt alles im ersten Room? Haben wir jetzt wirklich alles? Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben den ersten Raum komplett. Ja. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen... Das haben wir... Das konnten wir nur mit dem Roten machen. Hahaha. Ihr wisst, was wir jetzt machen. Ihr wisst es. Ganz genau. Ihr wisst es. So, ich habe eins selbst jetzt besetzt. Ich bin so böse. Am Anfang des Levels hier halt. Oh nein. Damit hatten wir doch gerade unsere Probleme. Sehr schön. Okay. So, okay. Wenn es jetzt zwölf sind, haben wir alle. Wir haben alle. Gut. Ähm. Da sind wieder die Todesrobben. Und hier ist die ultimative Todesrobbe auf Doom. Und jetzt ist die Tod. Todesrobbe auf Doom ist tot. Tot. Gut. Wie, gell? Das war dumm von mir. Nicht so schlimm. Okay. Und so. Seht ihr? Jetzt können wir hier rauf. Ähm. Ich würde da gern rauf. Aha. Danke. Ich habe Angst. Ich meine es ernst. Ich habe tierische Angst. Dass das übel schwer wird. Oh Gott. Und wenn ihr wüsst, wie viele Kisten wir sammeln müssen, ne? Ihr wüsst das. Ihr habt es gesehen. Sind hier noch Kisten irgendwo? Nein, schon nicht so. Hoffe ich. Okay. Die zwei nehmen wir mit. Sehr gut. Ja, da war wieder ein kleiner Leg. Aua. Das war dumm. Das war einfach nur dumm von mir. Das ist nicht schwer gewesen. Das war dumm. Das war einfach nur meine Dummheit. Okay. Kiste kaputt machen. Sehr gut. Hier sind nur Äpfel. Das sind zwei Kisten. Sehr gut. Okay. 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 Sehr gut. Zum Beispiel das hier ist blind. Das habe ich noch nie gemacht. Das hier. Wirklich nicht. Okay. Da oben ist nichts mehr. Okay. Gut. Irgendwas hat das jetzt aktiviert. Würdest du wieder auf und zu zu Länge spielen? Das ist nicht schön. Okay. Würdest du die auch mal? gut zu wissen, dass unten ein Abgrund ist. Das wusste ich nicht. Sehr schön. Okay. Gut. Dann ist da unten halt ein Abgrund. Sehr schön, dass mir das gesagt wird. Okay. Also nochmal. Igelchen. 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 Tod. Ja. Ich bin unfähig. Ich bin sehr unfähig. Das macht aber nichts. Jeder ist mal unfähig. So. Hier rüber. Und. Oh Gott. Ja. Kapit machen. Kapit machen. Sehr schön. Jetzt das aktivieren. Und jetzt ein bisschen zur Seite gehen. Okay. Alles aktiviert. Sehr schön. So. Jetzt hier hoch. Und hopp. Und hopp. Hoch. Und hopp. Und hopp. Und eins weiter. Okay. Und nochmal hoch. Hopp. Hopp. Und ich hab's wieder verbuzzelt. Ich check das nicht beim letzten. Sorry. Ich bin ein bisschen hoch. Jetzt check ich's nicht mal bei dem hier. Ja. Ich hoffe. Da kommt jetzt gleich ein Save-Point. So ein Check-Point. Yay. Sehr schön. Ein Leben. Jetzt gucken wir noch zu, wie das explodiert. Wirklich alles kaputt ist. Ich hoffe es. Mal. Hier gibt's keinen Check-Point, oder? Das ist ziemlich wies, wenn's keinen geben würde. Ich land schon wegen dem Igel da. Das ist ein böse Igel. Das ist ein ganz böse Igel. Oh Gott. Das Check-Point. Hätte ich den aktivieren sollen, war das jetzt wirklich... Ich hab's jetzt kaputt gemacht, oder? Ich kam da nicht mehr dran, hab ich recht. So, hier komm ich noch dran, das weiß ich. Aber da oben? Doch, ich bin dran gekommen. Sehr gut. Gerade so. Okay. Glück gehabt. Lauf. Danke. Leck bitte nicht so. Das ist nicht schön. Oh Gott. Das war knapp. Sprung war richtig knapp. Hab ich da oben jetzt alles? Ja. Okay. Kaputt machen. Hallo Crash, sag mal hallo. Hä? Hä? Spiegelung. Was ist das? Oh mein. Das hätte auch schief gehen können. Oh Gott. Nein. Oh mein. Oh mein Gott. Nein! Ich wollte doch saven. Ich totaler Vollidiot. Ich bin so dumm. Seht ihr? Seht ihr? Deswegen benutzt man normalerweise keine Save-Safe. Sie sind böse. Liebe Kinder, merkt euch wirklich. Ich benutze keine Save-Safe. Sie sind böse. Könnt ihr euch viel, viel Leid ersparen. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ja. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Das war so ein guter Run. Und ich meine einfach mal. Hey, drückst du mal die Taste? Willst du das Save-Safe setzen? Hopp. Ach, nichts willst du. Sterben willst du. Das ist die Rache der Save-States. Merkt euch das. Jetzt hätte ich fast vergessen, diese Kiste kaputt zu machen. Es ärgert einen wirklich, wenn man sieht. Hey, dir fehlt noch eine Kiste. Dann denkst du dir so. Nee. Leckt mich. Ihr seid böse. Ganz böse. Ich bin so dumm. Ja, das ist ein Save-State. Nein, den habt ihr jetzt nicht gesehen. Okay, so. Jetzt aber. So, hier. Warten. Ich hab mich Angst. Und hopp. So, das ist noch so eine Stelle, wo ich eigentlich Angst habe. Ja, es hat geleckt. Das kann ich wirklich auf einen Leck schieben, weil es leckt bei mir auch. Das könnt ihr nicht abstreiten. Ihr seht es doch auch. Hier hab ich einen gesetzt, weil ich nicht weiß, wo ich hinspringe. Da wollte ich zumindest einen setzen. Ich drück's so aus. Aber da bin ich auf die... Stimmt ja. Um da rüber zu kommen, Leute. Das geht nur so. Und dann auch nur, wenn man's hinkriegt. Glaubt's mir. Das ist böse. That is evil. Aber ihr seht, es geht. Wir haben 77. Hoffentlich sind das alle. Sonst krieg ich einen an mich. So, und jetzt da drüber springen. Wir wollen das ja nicht nochmal mitnehmen. Und jetzt. Okay, haben wir auch alle. Sehr gut. Das war knapp. Okay, weiter. Weiter. Robben. Sehr gut. Fall runter, fall runter. Sterb. Fall runter, fall runter. Und hopp. So. Alle Kisten kaputt. Und weiter. Jetzt kommt wieder das böse Bonuslevel. Wuhu. Da freu ich mich aber. Hui, hui, hui. Böses Bonuslevel. Leute, uns rennt aber die Zeit davon. Wirklich. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ja, Moment. Ich möchte noch zur Stelle hin. So, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Bis dahin. Tschau. I Ich